So Leute, ich habe immer noch keinen Rock an. Okay, Spaß beiseite. Ich bin DonF204 und es geht weiter mit meinem Titlescreen Tutorial, eventbasiert wohlgemerkt. Und in diesem Video, wahrscheinlich das für euch entscheidendste Video, werden wir anfangen mit den ganzen Animationen und dem ganzen Bauen des ganzen Zeugs oder Deugs, was ich jetzt hier vorhabe. Ähm, wir werden als allererstes ein Event erstellen, welches den Helden unsichtbar macht, weil alles andere ist etwas komisch. Weil wenn wir das Spiel starten, ist der Held sichtbar. Und das wollen wir definitiv nicht. Wir wollen den Helden unsichtbar machen, also machen wir als erstes ein Event rein. Das nennen wir jetzt Title Start. So. Hier werden wir alles reinbauen, was direkt passieren soll, wenn das Spiel startet. Wir machen das Ganze auf Autorun, denke ich mal. Und können dann direkt loslegen. Weil wenn ich das Ganze auf Autorun mache, dann kann der Spieler sich auch nicht bewegen. Oder? Na doch, kann er. Aber nicht, wenn da irgendein Befehl drin ist. Egal. Ohne Befehl kann ich das jetzt nicht demonstrieren. Ähm, aber im Normalfall könnte er sich theoretisch nicht bewegen. So, ich kann ja mal probieren, jetzt hier diesen Schalter anzuschalten die ganze Zeit. Aber theoretisch, ja. Und jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Ich kann jetzt hier überall hinklicken. Und jetzt funktioniert nichts mehr. Also der Spieler kann sich dann auch nicht mehr bewegen, sobald hier Befehle drin sind, die ausgeführt werden. Also kann auch nichts passieren in der Theorie. Er ist zwar dann eh unsichtbar durch den Befehl Transparenz ändern, Transparenz ein, aber er kann sich dann auch noch zusätzlich nicht bewegen. Und das ist, wie gesagt, definitiv genau das, was wir wollen. Ähm, wir werden nun die ganzen Grafiken einblenden. Das ist relativ viel Arbeit. Werdet ihr gleich sehen. Aber, naja. Es muss halt sein. Als erstes machen wir eine Hintergrundgrafik rein. Bild anzeigen. Wir nehmen die Nummer 1, aber ihr könnt auch höhere Nummern nehmen. Spielt keine Rolle. Ich glaube, bis 100 geht das, oder? Ups. Aber es geht auf jeden Fall bis 100. Ja, bis 100 geht's. Okay. Bis 100. Ihr könnt auch höhere Nummern nehmen. Wählen als Bild. Wählen wir aus. Hintergrund rosa. Okay. Nehmen wir so. Und dann haben wir unseren Hintergrund. Ihr könnt natürlich, wie gesagt, euren eigenen Hintergrund verwenden. Das spielt keine Rolle. Oder ihn auch weglassen. Dann wird die Map angezeigt. So. Das Ganze wird oben links angezeigt. Und hat sowieso die richtigen Maße. 1280 mal 720. Dementsprechend brauche ich auch keine Positionen oder irgendwas anderes ändern. Deckkraft bleibt auch. Mischmodus sowieso nicht. Um Gottes Willen. Wir drücken auf OK. Auf Übernehmen. Immer schön brav übernehmen. Nicht, dass ihr aus Versehen irgendwann hier, ups, abbrechen. Oh nein. Alles weg. Das wollen wir natürlich möglichst vermeiden. Und als nächstes werden wir das nächste Bild anzeigen. Das wäre dann die Bild Nummer 2. Je höher die Bildnummern, desto höher sind die Ebenen. Stellt euch das Ganze vor, wenn ihr mehrere Bilder übereinander legt, dann seht ihr irgendwie das unterste Bild nicht mehr komplett. Ist ja logisch. Weil die oberen Bilder das Bild verdecken. Also auf die Bildnummer Nummer achten. Darum habe ich auch vorhin gesagt, wenn ihr den Hintergrund nicht als Bild Nummer 1 macht, sondern als zum Beispiel Bild Nummer 10, dann könnt ihr vielleicht noch was drunter legen im Nachhinein, ohne überall dann die Bildnummer ändern zu müssen. Aber dadurch, dass es der Hintergrund ist, da werden wir niemals was dahinter setzen, können wir das als 1 lassen. So, Bild anzeigen. Das nehmen wir dann Nummer 2. Und da packen wir Press Enter rein. Das kann man jetzt vielleicht nicht richtig sehen. Was ist da im Rock? Drücke Enter und finde es heraus. Okay. Quasi die Aufforderung, eine Taste zu drücken. Machen wir auch auf OK. Gucken wir uns das Ganze jetzt mal an, ob es funktioniert. Und tada! Wir kommen in unseren eigenen Titlescreen. Und das ist doch ziemlich cool, denke ich mal, für die meisten von euch. Ist das sicherlich schon im Grunde die Grundlage, die ihr überhaupt braucht. Und viel mehr werden manche von euch vielleicht gar nicht brauchen und werden vielleicht das Video hier schon ausmachen und sich denken, hey, Don, danke, das war's. Tschüssi. Aber nein, auch ihr könnt ruhig ein bisschen bleiben. Vielleicht lernt ihr das ein oder andere, wie gesagt, auch noch. Das ist ja nicht so verkehrt, sich mal ein Video anzugucken, auch wenn man es bereits kann. So, Bildanzeigen. Als nächstes nehmen wir mal eine Bildnummer 4, damit wir noch was dazwischenlegen könnten, theoretisch, falls wir es denn mal brauchen. Und dort zeigen wir an, ähm, title. Diesen Title, der kommt in die Ebene 4, wird aber transparent angezeigt. Und, ähm, ups, nee, den lassen wir auf Deckkraft. Den schieben wir sowieso aus dem Bild raus. Wir nehmen, ähm, die Position x1280, also das heißt, der ist hier rechts außerhalb des Bildschirms dann. Okay, aber wir müssen noch die y eintragen. y sind, ähm, 56. Jetzt fragt ihr euch, hey, wie kommst du denn jetzt auf genau diese Zahlen? So, die kann ich in Photoshop ganz einfach ablesen. Wir gehen mal kurz in Photoshop rein. Fisch im Rock, 720p. Äh, 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 äh. Dauert kurz einen Moment. Dann kann ich euch erklären, wie ich auf die Zahlen komme. Das ist nämlich relativ einfach, in Photoshop das rauszufinden. Dauert kurz eine Sekunde. Tut mir leid. So, und dann haben wir hier, wenn ich das jetzt hier so markiere, zack, dann kommen wir hier genau auf, ähm, bei der Info steht es auch nochmal, auf Höhe 56. Also dieses Viereck, was ich hier gerade, ähm, markiert habe, ist, äh, 56 Pixel hoch. Das heißt, ich muss von hier oben nach unten dieses, äh, Feld um 56 Pixel nach unten schieben. Und, ups, jetzt mache ich den Browser auf, warum auch immer. Ähm, und genau, ups, ala, genau. Und genau das tun wir hier an dieser Stelle. Wir, äh, 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 genau, 56 Pixel. Stimmt genau? Ich, ähm, denke mir das hier nicht aus. So, so, um 56 Pixel verschieben wir es nach unten und die x-Koordinate ist außerhalb des Bildschirms. So, okay. Das brauchen wir nämlich noch nicht. Das wird erst später ins Bild reingeschoben. So, kommen wir zum nächsten, ähm, die Beine wollen wir positionieren. Bildanzeigen Nummer 5 wäre das. Bild, die Beine, mhm, 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 das sind diese hübschen Beine. Und die nehmen wir natürlich auch. Aber, wie wir sie nehmen, ähm, da ist es dann 120 mal 312. Deckkraft natürlich volle Kanne, weil die brauchen wir nämlich bereits. Die werden ja schon am Anfang angezeigt. Als nächstes machen wir wieder kurz eine, äh, eine Lücke rein. Falls wir dann doch, wie gesagt, wieder mal was brauchen dazwischen, machen wir einen Fisch rein. Wo haben wir den Fisch? Da haben wir den Fisch. Oh, ist der nicht cute? Cute! Okay, ähm, ah, der ist so süß. Ähm, der Fisch wird ein bisschen weiter oben sein, weil er noch nicht zu sehen ist. Der ist unterm Rock versteckt nachher. Und der kommt dann an die Position, ähm, ähm, äh, 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 135 und 100. Also X, 135, Y, 100. Ähm, Deckkraft bleibt so. Okay, gut. Als nächstes hauen wir rein. Als nächstes hauen wir rein den Rock. Da brauchen wir für die Animation nachher drei verschiedene Rockbilder. und die werden wir auch alle gleich reinschmeißen, dann brauchen wir sie später nicht laden. Wir machen dafür die Bildnummer 11 für Rock 1B. B steht nur für beschnitten, weil nämlich hier beim zweiten Bild ein Stück vom Rock fehlt. Ich habe das Ganze dann auch nochmal ohne B, dann ist der komplette Rock drauf, aber wir brauchen den kompletten Rock nicht. Wir brauchen eigentlich nur den beschnittenen. Das ist für... Also nur, dass ihr euch nicht wundert, warum da B dahinter steht. So, wir brauchen Rock Nummer 1. Okay, die Position natürlich ist 0, 0. Genau. Deckkraft 250. Und das kopieren wir jetzt nochmal. Ändern mal kurz die Nummer und den Rock und die Deckkraft. und haben das Ganze dann auch fertig. Gut, nächstes. Das nächste wäre dann die Menübar. Die brauchen wir nämlich auch als nächstes. Bildanzeigen. Das sind dann 21. Nehme ich da. Dann kann ich mir das besser merken. Wir brauchen die Menübar Neues Spiel. Das soll das erste ausgewählte Fenster sein. Wie ihr seht, habe ich hier einmal die Menübar komplett... Ups. Komplett alles disselectet. Brauche ich nicht unbedingt. Habe ich mit reingepackt. Hat aber eigentlich keinen Sinn für uns. Braucht ihr eigentlich nicht für euer Projekt. Gut. Wir brauchen Menübar Neues Spiel. Gut. Okay. Okay. Übernehmen. Nun kommt ein kleiner Kniff in die Sache rein. Wenn wir Speichern nicht zur Verfügung haben, wird nämlich ein anderes Bild angezeigt. Das kann ich euch nämlich mal kurz demonstrieren. Äh, ich meine Laden, Entschuldigung. Wenn ich nämlich keine Datei habe, ist es nicht weiß. Und wenn ich eine Datei habe, ist es weiß. Und wie finde ich raus, ob eine Datei existiert oder nicht. Das ist eigentlich ganz einfach. Wir machen dazu eine kleine Bedingung rein. Bedingte Verzweigung. Gehen auf die vierte Seite unter Script. Und schreiben jetzt hier folgendes rein. Data. Wupp. Manager. Da war ich ein bisschen zu schnell. Ich hoffe, ich vertippe mich nicht. Wie gesagt, das ist eins der Hauptprobleme, finde ich, bei Scripts. Is any save, ne, file, klein, file, das gehört zusammen, save file, exist, Klammer auf, Klammer zu, Semikolon, müsste funktionieren. Wie gesagt, Tippfehler. Aber, ähm, ja, ist das ein Semikolon oder ein Doppelpunkt? Ne, ist das ein Semikolon. Nein, das war ein Doppelpunkt, oder? Ja, das waren Doppelpunkte. Ha, ich habe es doch erkannt. Glück gehabt. Ähm, ach ja, und else natürlich. Gut. Jetzt, wenn eine Datei existiert, dann kommt dort rein die Nummer 22 und laden diese, äh, ohne dieses keine Datei. Also einfach nur menüber laden. Okay. Ähm, das Ganze ohne Deckkraft, also Deckkraft 0. Direkte Zuweisung, ähm, habe ich vorhin vergessen, fällt mir gerade auf. Ähm, 6, 5, 9. Wie komme ich auf die 6, 5, 9? Das ist ein zweiter Trick. Kann ich euch auch mal kurz demonstrieren. Ist eigentlich ganz easy. Da brauche ich nämlich nicht mal Photoshop für. Ups, das war der falsche Ordner. D-d-d-d-d-d-d-d-d-images. Pictures. So, wenn ich hier rechtsklick auf die PNG mache und dann auf Eigenschaften gehe und bei Details steht hier 61 Pixel in der Höhe. Dadurch, dass es ganz unten sein soll, muss ich ja nur rechnen 720 minus 61 und das sind dann diese 659. Aber ich habe es bei X reingeschrieben und nicht bei Y. Ich voll plöppo und ändere das Ganze jetzt mal wieder. Y von unten nach oben oder von oben nach unten, so rum und X von links nach rechts. Nicht verwechseln. So, Deckkraft natürlich wie gesagt auf 0 und hier, wenn keine Datei verfügbar ist, dann keine Datei. Dann ist es nicht weiß. Okay. Deckkraft auf 0, X und Y. So, nächstes. Das nächste ist dann die Nummer 23. Bildanzeigen 23 und Menübar. Option kommt danach, denke ich mal. Ich denke schon. Und das sind dann auch wieder 659. Deckkraft 0. Okay. Wir laden die Bilder nur schon mal rein. Falls ihr euch wundert, warum lädt ihr denn da die ganzen Bilder rein ohne Deckkraft? Wir laden die schon mal rein in den Arbeitsspeicher, damit wir das nachher nicht mehr tun müssen. Und dann haben wir nachher auf jeden Fall ein leckfreies Ergebnis. Und das ist sehr wichtig, weil sonst kann es sein, dass es vielleicht kurz das Bild flackert oder so, weil er kurz noch die Datei reinladen muss. Und wenn wir sie jetzt schon reinladen in den Arbeitsspeicher, dann haben wir dieses Problem nicht. Wir kopieren das Ganze und machen das Ganze jetzt auf eine 24 und nehmen Beenden. Nur rein zur Information. Ladet euch die Bilder, die ihr braucht, am besten schon mal am Anfang rein. Aber macht sie einfach unsichtbar oder schiebt sie wie hier, wo haben wir es, Title, einfach nach rechts aus dem Bild raus, wenn sie von rechts nach links reingeschoben werden sollen. Das ist jetzt nur so meine Vorliebe an der Sache. Oh, ich habe eins noch vergessen. Die Menübar wird ja auch in den Bildschirm reingeschoben von unten nach oben. Da machen wir natürlich Y720 dann. Gut, damit dürfte es das eigentlich gewesen sein und wir können zur Rock-Animation übergehen. Dazu machen wir einfach einen Schalter an. Schalter und wir nennen ihn einfach Rock-Animation. Rock-Animation. So, übernehmen. Okay, den schalten wir auf an. Machen eine neue Ereignisseite. Schalter, Rock-Animation. Und wir übernehmen das Ganze und gucken mal, ob es funktioniert. Und tadaa. Wunderbar. Alles wird angezeigt. Wir haben schon mal die Bilder. Und jetzt kommen wir zur Animation. Animationen sind eigentlich relativ einfach zu machen. Wir werden jetzt einen bewegten Rock darstellen. Und dafür haben wir drei Frames im Grunde. Das ist wirklich nicht so kompliziert, was ich hier gemacht habe. Also, wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen in eine neue Datei. Eine neue Datei. Die nennen wir Rock-Animation. Rock-Animation. Ups, nicht Amitramatron, sondern Animation. Nicht vertippen. Wobei das jetzt in dem Fall jetzt nicht so schlimm wäre. So. Und da haben wir, machen wir Schalter, Rock-Animation an. Ich trenne das Ganze in verschiedene Events, damit ich später mehr Überblick habe, wenn ich das Ganze nochmal nachbearbeiten möchte. Aber ihr könnt auch hier Kommentare hinzufügen. Rock-Animation zum Beispiel. So. Dann wisst ihr auch automatisch dann, okay, an dieser Stelle ist die Rock-Animation. Okay, ich weiß Bescheid. Mache ich aber jetzt nicht. Ich habe es hier oben reingeschrieben. Reicht mir eigentlich vollkommen aus. Also, für mich reicht das. So. Was machen wir als erstes? Als erstes warten wir mal kurz einen Augenblick, weil der Rock soll sich relativ langsam bewegen und immer kurz einen Stillstand haben und sich dann wieder ruckartig bewegen und wieder kurz, ihr werdet das gleich sehen, er soll quasi so eine Intervalle haben. Und da machen wir jetzt Timing, warten, 30 Frames rein. Gut, haben wir. Als nächstes werden wir Bild bewegen machen. Den Befehl Bild bewegen. Wir werden die Bilder nicht wirklich bewegen, sondern nur die Transparenz aus- oder anschalten. Also hier die Deckkraft. Und da brauchen wir die Bildnummern. Beim Rock weiß ich, hatte ich Bildnummer 11, 12 und 13 genommen. Darum habe ich auch extra 11, 12 und 13 genommen, weil ich mir das besser merken kann. Und unten bei der Menüleiste war es 21, 22, 23 und 24. Da kann ich mir das besser merken, wenn das so angeordnet ist. So, wir nehmen die Bildnummer 11. Die Position muss natürlich dieselbe bleiben. In dem Fall 0 und 0. Passt ja schon. Und die Deckkraft schalten wir einfach auf 0. Das Bild soll nicht mehr sichtbar sein. Das Ganze warten auf Schluss, machen wir nicht. Und wir machen das direkt in einem Frame. Also es soll nicht langsam ausgeblendet werden. So. Jetzt kopieren wir uns das Ganze einfach. Und machen das Ganze mit der Bildnummer 12. Und dann hier 255. Nein, wir warten nicht auf Schluss. Und schon haben wir mehr oder weniger eine kleine Animation. Ihr werdet das gleich sehen, wie das Ganze aussieht. Ähm, gut. Jetzt kopieren wir nochmal. Äh, jetzt kopieren wir, sag ich schon. Jetzt machen wir nochmal einen kleinen Wartenbefehl rein. 8 Frames. Zack. Kopieren uns hier die beiden Sachen raus. Einmal etwas, was unsichtbar wird. Und einmal etwas, was sichtbar wird. In dem Fall soll unsichtbar werden die 12. Und wieder sichtbar die 11. Wir tauschen quasi die Bilder wieder aus. Kopieren das Ganze nochmal. Und machen jetzt wieder unsichtbar die 11. Und sichtbar die 13. Kopieren das Ganze jetzt noch einmal. Und machen jetzt unsichtbar die 13. Und unsichtbar die 11. Ich hoffe, ihr könnt das Ganze nachvollziehen. Und dadurch ist das jetzt ein ewiger Loop. Wir machen das Ganze jetzt auf Parallel. Und haben einen ewigen Loop, sobald die Rock-Animation angeschalten wird. Haben wir einen ewigen Loop. Also wir fangen dann immer wieder von vorne an. Und warten erstmal dann 30 Sekunden. 30 Sekunden lang ist dann quasi die Ausgangsposition zu sehen. Äh, 30 Frames, nicht Sekunden. Und tadaa. Es funktioniert. Der Rock wackelt. Yay. So weit sind wir schon mal. Schon haben wir eine coole Animation. Wie gesagt, wie ihr das Ganze macht in eurem eigenen Spiel. Und ob ihr das überhaupt macht, spielt in dem Fall ja keine Rolle. Bei Enter passiert natürlich noch gar nichts. Und ich denke mal, da kommen wir jetzt dazu. Genau. Wir kommen jetzt zum ganzen, was dann bei Enter passiert, wenn ich Enter drücke. Wir gehen zurück in die erste Datei. Also in das erste Event. Und hier die Seite haben wir noch komplett leer. Wir machen hier wieder. Oder machen es auch parallel. Spielt eigentlich auch gar keine Rolle, ob Autorun oder parallel. Und hier dürfte jetzt eigentlich keinen Unterschied machen. Das Event ist eh unsichtbar. Ich habe es auf jeden Fall jetzt auch parallel. Und als nächstes wollen wir das Ganze per Tastendruck dann quasi weitergehen lassen. Also brauchen wir eine Tastenabfrage. Das ist eigentlich ganz easy. Das ist wirklich einfach. Wir gehen auf die erste Seite. Bedingte Verzweigung. Dritte, vierte, vierte. Auf die vierte Seite dann. Taste, OK, wird gedrückt. Und machen das Ganze OK. Gut. Wenn die Taste OK gedrückt wird, also in dem Fall Enter, Leertaste, glaube ich, die beiden sind dafür belegt. Oder vom NumPad die Enter-Taste. Dann soll natürlich etwas passieren. Sondern es soll... Es soll... Es soll der Fisch, der soll sich bewegen. Wir brauchen dazu ein Bild. Bildbewegen Befehl. Bild Nummer 2 war das. Kann man nochmal gucken. Bild Nummer 2. Press Enter. Genau. Und Bild Nummer 1. Genau. Okay. Bild Nummer 1 und Bild Nummer 2. Die sollen jetzt ausgeblendet werden. Und das machen wir jetzt auch. Bild bewegen. Bild Nummer 2 fangen wir als erstes an. Deckkraft 0. Und die Frames setzen wir auf 1. Weniger als 1 geht halt nicht. Aber wir warten nicht auf Schluss. So. Die Schrift ist auf Bild 2 drauf. Das ist hier Press Enter. Das ist hier die Schrift. Und die verschwindet einfach dann sofort. Instant. Und dann Bild Nummer 2. Bild bewegen. Bild Nummer 2. Haben wir hier die Deckkraft. Setzen die auch auf 0. Warten wieder nicht auf Schluss. Aber setzen die Frames auf 90 zum Beispiel. Habe ich jetzt so gemacht. Und jetzt müsste eigentlich, wenn ich Enter drücke... Können es mal probieren. Das Ganze unsichtbar werden. Okay. Irgendwie habe ich da einen kleinen Fehler. Aber das ist nicht schlimm. Das ist schnell korrigiert, denke ich mal. Ich habe natürlich die Bildnummer nicht geändert. Oder die Bildnummer geändert. Das war das Problem. So. Und tadaa. Die Map wird eingeblendet. Sieht auch schon mal ganz schick aus. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Gut. Dann machen wir... Nummer 8 war glaube ich der Fisch. Bild bewegen. Nummer 8. Deckkraft bleibt so. Die Animation wird 9. 90 Sekunden dauern. Äh 90 Frames. Warum sage ich denn immer Sekunden? Ich weiß es einfach nicht. 90 Frames wird die Animation dauern. Und er wird auf die Position 3.8.0. 2.8.7 verschoben. Übernehmen. Wir können es dann mal gleich ausprobieren. Aber es sollte eigentlich funktionieren. Und tadaa. Schon kommt der Fisch raus. Sieht auch ganz cute aus. Und so schnell geht das alles. Man kann sich das alles relativ schnell zusammenfriemeln. Und das wirklich nur mit Events. Man muss nicht programmieren können. Man braucht kein JavaScript. Oder kein sonst was. Man braucht wirklich nur hier diese paar Events und ein paar Bilder. Und das ist total easy. Das kann jeder. Glaubt mir. Ihr müsst das ein bisschen ausprobieren. Probiert es wie gesagt erstmal mit meinen Grafiken aus. Quasi in dem Projekt. In dem ihr gerade seid. Und dann macht ein eigenes Projekt. Und probiert es mal einfach selber. Ihr werdet sehen. Das ist gar nicht so schwierig. Bild bewegen. Die Nummer 4 wäre dann die nächste. Das war der Titel. Der wird dann von rechts nach links reingeschoben. Also. Bild bewegen. So. Bild bewegen. Das war die Nummer 4. Hatte ich gerade gesagt. Glaube ich. Ich hoffe einfach mal, dass das jetzt hinhaut. Auf die Position 5, 5, 3 und dann wieder 5, 6. Hatten wir ja ausgemessen in Photoshop. Wie gesagt. Ganz easy. Kann man wirklich relativ einfach ausmessen. Ihr werdet das sehen. Hier Rock deaktivieren. Und dann, wenn ich hier so mache. Sind das genau diese 5, 5, 3 Pixel in der Breite. Also dieser Abstand hier von links nach rechts. Sind. Na gut. Jetzt sind es 5, 5, 4. Ich bin jetzt 1, 2 dran. So. Jetzt sind es 5, 5, 3. Und das sind 5, 5, 3. Und in der Höhe hatten wir ja vorhin bereits gemessen. Also ihr könnt das ganz easy in Photoshop einfach nachmessen. Und das ist wirklich easy. Das geht relativ zügig. Gut. Warten auf Schluss. Wollen wir wieder nicht. Wir wollen. Wie viele Frames machen wir da? 50. Genau. Weil wir haben ja gerade 40 Frames gewartet. Und beides soll gleichzeitig fertig sein. Und 90 minus 40 sind 50. So einfach ist das. Dann machen wir nochmal ein Warten rein. 20 Frames. Und das habe ich natürlich alles durchprobieren und so rausgefunden. Das ist jetzt. Also das könnte ja auch ein bisschen variieren. Das soll nicht das Problem sein. So. Bild bewegen 21. Das ist dann unten die Menübar. Die Menüleiste. Die wollen wir natürlich auch bewegen. Und da bleiben uns dann dementsprechend nur noch 30 Frames übrig. Weil 90. Ach Quatsch. Ja doch. 90 minus 40 sind 50. Und minus 20 sind 30. Und die Position wäre dann dementsprechend. Das waren 6, 5, 9. Genau. Oben links. Deckkraft stimmt alles. Warten auf Schluss. Brauchen wir. Ja doch. Können wir an der Stelle machen. Dann sparen wir uns hier den Waitbefehl. Sonst hätte ich hier nochmal Wait 30 rein machen müssen. Aber so sparen wir uns den ganzen Waitbefehl. und können dann direkt weitermachen und ins Title-Menü gehen. Wir machen dann hier einen Schalter an. Und nach der Rock-Animation kommt das Title-Menü oder Menü, wie ihr es auch immer nennen wollt. Übernehmen. Okay. Und wir können hier eine neue Ereignisseite machen. Schalter. Title-Menü. Übernehmen. Okay. Und dann gucken wir mal, ob sich das Menü aufbaut. Und das Menü baut sich auf. Perfekt. Soweit sind wir schon. Natürlich funktioniert hier gar nichts. Also es ist noch keine Interaktion drinne und alles. Aber ich denke mal, wir haben schon viel geschafft. Und wir kommen gut voran. Was wir jetzt noch brauchen, ist der Parallax-Hintergrund, der Regen und die ganzen anderen Effekte. Das bauen wir uns jetzt noch fix zusammen. Warum habe ich den Parallax-Hintergrund nicht sofort geladen? Das kann ich euch auch kurz mal zeigen. Ich weiß nicht, ob man das dann in einem YouTube-Video gut erkennen kann. Aber, wenn ich das Parallax-Bild sofort wähle, ich, Mountains 4 war es, glaube ich. Och, Mann, ich bin so gut. Mountains 4. Mann, manchmal bin ich selbst überrascht von mir, wie viel Glück ich manchmal habe. Ähm, Mountains 4 war das. Und dann, habt ihr es kurz gesehen, ist nämlich kurz, nämlich der Parallax-Hintergrund zu sehen. Die Map noch nicht. Aber der Parallax-Hintergrund ist bereits zu sehen. Und deswegen habe ich ihn schwarz gelassen. Ähm, damit... Also ich kann es nochmal zeigen. Vielleicht sieht man es wirklich im YouTube-Video dann auch. Da, ganz kurz. Ein Frame ist das wirklich nur. Und, ähm, das ist wirklich sehr nachteilhaft. Deswegen keine. Und wir stellen den Parallax-Hintergrund erst nach dem Laden des Menüs ein. Wir haben quasi dann hier unser Menü. Ja, Quatsch. Unser Menü haben wir gestartet. Und, äh, 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 ich muss nochmal kurz bei mir rüber gucken ins andere Projekt. Dauert kurz eine Sekunde. Wie habe ich das denn zusammengefriemelt? Äh, kann nicht alles auswendig wissen. Ah, okay, so hatte ich das gemacht. Okay, ich verstehe. Alles klar. Das Ganze muss natürlich... Ähm, ha. Eins hatte ich nämlich vergessen. Ich kleines Dummöchen, aber ich habe ja nochmal nachgeguckt. So, was ich nämlich noch machen muss, ist ja, ich muss hier oben, wenn ich die OK-Taste drücke, muss ich ja noch, ähm, den Hintergrund dann schon wieder aktivieren. Das muss ja parallel laufen. Das muss ja beides gleichzeitig passieren quasi. Also mache ich Schalter steuern. Und dann nenne ich den Schalter jetzt, keine Ahnung, Start nenne ich ihn einfach. Übernehmen. Okay. Schalter an. Und, tadaa. Hier oben wird jetzt ein Schalter Start aktiviert. Und dieser Schalter aktiviert dieses, ähm, Event hier. Das Event nenne ich, ähm, Parallax-Hintergrund oder Wetter oder so. Ich nenne es jetzt Wetter. Es spielt keine Rolle. Ich weiß, was gemeint ist. Und hier werden wir auf jeden Fall alles einstellen. Wir fangen an mit der Background-Music oder wir fangen an mit dem Parallax-Hintergrund, denke ich mal, oder? Nein, wir fangen an mit dem Background-Sound. Background-Sound haben wir. Ähm, River hatte ich gewählt. Tonhöhe 80 und der Rest haut so hin. Okay. Natürlich alles auf Parallel. Und als nächstes den Parallax-Hintergrund ändern. Parallaxe ändern. Bild Mountains 4. Okay. Übernehmen. Und dann kommen wir zum Bildschirmtönen und so weiter und so fort. Ihr werdet sehen, das Ganze funktioniert sehr, sehr gut. Gut, das waren minus 10. Hattet ihr ja bereits in meinem Wetter-Tutorial gesehen, wie ich das eingestellt hatte. Das war jetzt nicht so schwierig, denke ich mal. So, Dauer gar nicht. Ein Frame und wir warten nicht auf Schluss und machen weiter. Als nächstes den Wetter-Effekt. Der war hier. Wetter-Effekt war, ähm, hatte ich genommen. Gewitter und volle Kanne. Auch nicht warten auf Schluss und auch nur ein Frame, denke ich mal. Und als nächstes könnten wir noch Blitze aktivieren. Aber ich denke, wie man das macht, ähm, muss ich euch eigentlich nicht erklären. Das habe ich in meinem Wetter-Tutorial. Das werde ich dann einfach mal off-screen machen nachher. Und das spielt jetzt eigentlich nicht so wirklich die Rolle. Wenn ihr das wissen wollt, guckt in mein Wetter-Tutorial, wie ich das mit den Blitzen mache. Äh, äh, äh. Das mache ich, wie gesagt, dann mal nachher off-screen. So. Wir werden jetzt einen Schalter reinmachen, der jetzt einfach mal sagt, dass das Wetter aktiviert ist. Falls wir den nochmal brauchen. Wetter nenne ich den einfach. Übernehmen. Okay. Und der auf an. Machen eine neue Ereignisseite. Und dort Wetter. Und da passiert erstmal gar nichts. Da werde ich dann, ähm, die ganzen Blitze reinmachen. Und, ähm, das dann auch als paralleles Ereignis im Hintergrund laufen lassen. Also, hier kommt dann der ganze Blitzkram rein. Gut. Dann haben wir das auch geklärt. Und können im Grunde direkt weitermachen, oder? Ja, alles funktioniert. Äh, ich bin echt begeistert. Und ich denke mal, ihr seht, wie das Ganze funktioniert. Wir brauchen als nächstes eigentlich nur noch, dass das Ganze ja auch per Mausklick funktioniert. Weil noch funktioniert es nicht per Mausklick. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, aber ich klicke gerade mit der Maus. Ähm, und es funktioniert nicht. Und wir wollen auch, dass es nicht nur bei Enter funktioniert, sondern auch beim Mausklick, beziehungsweise beim Touch-Event, wenn ihr ein Spiel machen wollt, welches auf Touch-Events basiert, also auf Smartphones funktioniert, etc. pp. Und da machen wir das Ganze natürlich auch noch. Das ist nicht so schwierig jetzt. Wir haben das eine ja schon geschafft und machen das nächste jetzt auch noch. So. If-Taste OK wird gedrückt. So. Das haben wir. Und jetzt kopieren wir das einfach nur. Kopieren es hier unten einfach nochmal rein. Ändern aber mit Leertaste. Also mit Leertaste könnt ihr hier den Befehl bearbeiten. Oder wenn ihr rechtsklickt auf Bearbeiten, hier steht es auch nochmal Space, Leertaste. Also Space. Und dann steht hier Taste OK wird gedrückt. Wir brauchen aber ein Skript. Und der Skript, ich hoffe, ich vertippe mich wieder nicht. Touch Input Punkt ist Triggered. Ist Triggered. Ich hoffe, es stimmt. Touch Input ist Triggered. So. Wenn quasi ein Touch Input getriggert wird, ausgelöst wird, dann soll dasselbe passieren, wie bei dem OK drücken. Ich hoffe einfach mal, dass es soweit funktioniert. Aber warum sollte das jetzt nicht funktionieren? Wir gucken mal. Wie gesagt, es könnte sein, dass ich einen Tippfehler drin habe. Aber nein, es funktioniert. Alles wunderbar. Ich habe Glück gehabt. Ja. Ich habe mega viel Glück gehabt. Das Einzige, ich sehe gerade, dass ich hier noch diese Klicks machen kann. Aber ich denke mal, das sollte nicht das Problem sein. Wenn ich das jetzt hier auf Autorun stelle, dann dürfte das nicht mehr funktionieren. So, Autorun. Wir gucken mal. Ja, okay. Jetzt funktioniert es natürlich wieder. Aber während dem ersten Klick hat es nicht funktioniert. Also das Event auf Autorun stellen und nicht auf parallelen Prozess. Okay. Sorry, war mein Fehler, aber ist nicht schlimm. Und hier geht es dann weiter. Hier geht es dann natürlich auf die dritte Seite oder auch nicht auf die dritte Seite. Das machen wir dann wieder extra, denke ich mal. In ein viertes Event packen wir dann das Menü. Aber das machen wir dann im nächsten Video. Und im nächsten Video werden wir uns dann um das Menü kümmern, damit das Ganze funktioniert. Weil momentan haben wir es nur ins Menü reingeschafft. Die ganzen Grafiken und Animationen und alles gebastelt. Und werden dann das Menü basteln. Und werden dann noch den Fisch wackeln lassen. Oder wollen wir das jetzt noch machen? Okay, wir machen das jetzt noch. Jeder, der das nicht sehen will, wie der Fisch wackelt und zwinkert, der kann das getrost jetzt überspringen. Und ins nächste Video übergehen. Und da seht ihr dann, wie das Ganze implementiert wird. Die ganzen Funktionen hier unten. Mit Maus und Tastatursteuerung. Und wir werden uns jetzt noch mal um den Fisch kümmern. Gut, wir kümmern uns, wie gesagt, noch mal um den Fisch. Soll nicht das Problem sein. Als allererstes, denke ich mal, gehen wir ins falsche Event rein. In das Event hier. Und holen uns den Fisch... Mit der Nummer 8. Und holen uns den blinzelnden Fisch rein. Jetzt fragt ihr euch, warum macht er denn das? Aber, das mache ich, damit er kurz in den Arbeitsspeicher geladen wird. Ändere das Event aber sofort wieder... Äh, ich meine, die Bildnummer 8. Das Bildnummer 8 ändere ich... Nein, Quatsch. Warum mache ich das? Das ist doch Blödsinn. Nein, das muss ich nicht machen. Nein, das machen wir nicht. Wir machen das anders. Wir machen das anders. Wir bauen das anders. Wir werden die Bildnummer 9 verwenden dafür. Ja, wir verwenden dafür Bildnummer 9. Das macht auch einfach viel mehr Sinn, wenn ich dafür Bildnummer 9 verwende. Wir werden es auch direkt reinfremeln. Okay, ich mache es doch ein bisschen anders als geplant. Aber ich denke mal, es wird trotzdem relativ gut funktionieren. Gut. Wir werden jetzt als nächstes in die Rock-Animation gehen. So, das ist unsere Rock-Animation, die wir haben. Und die werden wir jetzt erweitern. Wir brauchen dazu einfach eine... Ähm... Ein, 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 ein... Hier. Mensch. Was wollte ich jetzt sagen? Wir brauchen... Ähm... Eine neue eigene Seite. Mensch. Manchmal... Manchmal komme ich einfach nicht auf die einfachsten Wörter und auf die einfachsten Sachen, die ich tun möchte. Wir werden hier einfach das Title-Menü... Wenn das offen ist, werden wir die Animation etwas anders darstellen. Parallel. Weil dann ist der Fisch nämlich draußen und dann soll er sich mitbewegen. Und hier ist er ja noch drinne. Und dann ist das nicht so wichtig. Wir kopieren uns den ganzen Schmott aber erstmal hier rein. So. Ich würde sagen, als erstes machen wir das Blinzeln. Das Blinzeln ist relativ einfach. Ähm... Ja, das ist eigentlich das Einfachste. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Als erstes brauchen wir eine Variable. Variable steuern. Unsere erste Variable. Wir nennen das die Variable einfach Blinzeln. Blinzeln. So. Diese Variable bekommt einen zufälligen Wert zwischen 1 und 2. So. Wir machen das jetzt mal 1 und 2 und nicht 1 und 10. Ähm... Weil ich das dann besser zeigen kann. Bei 1 und 10 war es dann doch zu selten. Bei 1 und 2 kann ich es einfach jetzt besser zeigen. So. Und anschließend brauchen wir eine bedingte Verzweigung. Wir müssen fragen, ist die Variable Blinzeln gleich 2? 2 bedeutet in dem Fall, dass der Fisch blinzelt. Und wenn nicht, also wenn der Sonstfall eintritt, passiert das. So. Wenn der Fisch blinzelt, werden wir... Ähm... Werden wir... Anzeigen... Bild anzeigen, genau. Bild anzeigen Nummer 9. So machen wir das Ganze. Das ist nämlich ein bisschen leichter für uns, denke ich mal, wenn wir es einfach so handhaben. Ich muss jetzt nur noch mal kurz überlegen, wie die Koordinaten waren. Ah, 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 ah. Die waren... Mhm. 3, 8, 0. 2, 8, 7. Das sind die Koordinaten. Wenn der Fisch blinzelt, wird einfach dieses Bild hier, die Bild Nummer 9, über die Bild Nummer 8 rübergelegt. Und wenn das Ganze nicht passiert, ja, was soll denn passieren? Dann passiert gar nichts. Das brauchen wir doch gar nicht. Wir brauchen kein Else. Entschuldigung, war mal wieder mein Fehler. Wir brauchen jetzt ein Wait 10. Er soll 10 Frames lang das Auge zu haben. Und anschließend, wenn Blinzeln aktiviert ist, dann ist dementsprechend jetzt das Auge da, also dementsprechend Bild Nummer 9 existiert. Und dann löschen wir Bild Nummer 9 einfach. Das ist, denke ich mal, am einfachsten, die Variante. Und setzen das hier runter auf 20 Frames. Und schon sollte er eigentlich blinzeln, in der Theorie. Ja, und es funktioniert. Er blinzelt. Wie gesagt, ist jetzt relativ häufig. Aber, naja. Ist halt eine 50-50-Chance, ob er blinzelt oder nicht. Das werden wir dann dementsprechend dann nachher runterstellen. Und nun soll er noch ein bisschen mit dem Rock mitwackeln. So. Dazu müssen wir dann dementsprechend die Position des Rocks quasi übernehmen an den Fisch. Wenn der Rock nach links wackelt, soll der Fisch sich leicht nach links bewegen. Und wenn der Rock nach rechts wackelt, soll der Fisch sich leicht nach rechts bewegen. Hier wird Bild Nummer 11 unsichtbar gemacht und Bild Nummer 12 sichtbar gemacht. Das ist das Bild, wo der Rock nach links wackelt. Glaube ich zumindest. Ich bin mir da eigentlich ziemlich sicher. Also machen wir einfach rein. Bild bewegen. Nummer 8 war der Fisch. Und weisen jetzt die Position zu. X ist dann dementsprechend, weil er nach links wackelt, nicht 380, sondern 375. Also 5 Pixel weiter nach links. Die Höhe lassen wir aber so. Das sind 287. Dauer machen wir 4 Frames. Also der soll sich langsam bewegen. Machen aber nicht warten auf Schluss. Und übernehmen das Ganze. Jetzt kopieren wir uns das Ganze nochmal hier rein. Und hier soll er sich wieder an die Ausgangsposition bewegen. So. Kopieren das Ganze nochmal. Und hier soll er sich dann in die entsprechend andere Richtung bewegen. So. Kopieren das. Und hier bewegt er sich dann wieder zurück zur Ausgangsposition. Und schon haben wir unsere Animation fertig. So schnell ging das. Ah. Perfekt. Und jetzt müsst ihr ja noch zwinkern. Oh. Perfekt. Alles funktioniert. Die Fischanimation funktioniert. Die Rockanimation funktioniert. Das Menü baut sich auf. Und der Hintergrund verändert sich auch. Man hört den Regen. Man sieht den Regen. Der Bildschirmton verändert sich. Und auch die Parallax-Map wird eingeblendet. Alles funktioniert. Ich werde das Blinzel nochmal schnell umstellen. Auf. 10. Und ändere das Ganze hier auch auf 10. Wobei ich es auch auf 2 lassen könnte. Spielt dann dementsprechend ja gar keine Rolle. Weil es dann trotzdem eine 1 zu 10 Chance ist. Ist nur für mich besser zur Übersicht. Das mache ich nur für mich persönlich. Ich hätte es auch auf 1 lassen können. Zum Beispiel. Spielt eigentlich keine Rolle. Gut. Das war es soweit. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Und im nächsten Video werde ich dann, wie gesagt, die Funktionen des Menüs einbauen. Und dann Tschüssi. Bis zum nächsten Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt ein bisschen was gelernt. Tschüssi.